Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit mir. Ich bin Matt Chris und ich freue mich sehr, dass ihr zurückgefunden habt hier bei YouTube auf meinen Kanal. Heute gibt es eine Clip-Zusammenstellung von Dabs of Despair. Ja, hat mir auch schon länger nicht mehr. Ich freue mich drauf. Ihr hoffentlich auch auf eine Menge Gänsehaut, Grusel und mal sehen, was uns noch so erwartet. Deswegen hauen wir direkt rein. Hier ist Dabs of Despair. Ja, Dabs of Despair. Wir haben hier fünf gruselige Geistervideos, die uns echte Quälerei zeigen. Ja, wir lassen uns mal quälen und sehen uns auch die Quälerei an. Hier ist Dabs of Despair. The man who uploaded this footage says that he sometimes comes home only to discover that objects have been moved around in his living room and some even fallen off the walls and shell. Okay, schon mal eine andere. Da hat er der coole Michael Myers Maske. Die sieht aber gut aus, ne? Ist nicht nur so ein billiges Ding, glaube ich nicht. Natürlich, since he lives alone with his dog, he suspects that the dog may be to blame for the chaos. So one day, he sets up a security camera to watch the living room whenever he's away. And on one night, when he returns home to the same mess, he checks the security footage, which left his jaw dropping. Oh, das Radio ist anbegangen. Der Hund denkt sich auch, jetzt ist schon keiner zu Hause, es ist ruhig und jetzt geht dieses verdammte Radio einfach an und sucht sich ein Sender. Mist. So, jetzt kommt der Ball. Ja, Dogi. Dem Hund ist egal, mit wem er spielt. Kann auch jetzt der böse Geist sein. Sei es böse, also kann auch der Geist sein. Ja. Er nutzt einfach seine Chance. Ach, der Ball rollt. Oh ja, komm, jetzt auch mal ran. Geil. In den Tagen, things would get even more bizarre, as he would capture more objects moving by themselves. Ah. And after hearing some creepy sounds coming from above, he decides to set up a camera and say, coming from above, ah, vom Dachboden, immer gut. Und das ist die Dachbodenluke, ja? Also die Luke zum Dachboden. Die Federn. Okay. The attic door can be heard opening and closing by itself and on one particular night. Also wir hören nicht, dass sie das alleine macht. Also wir hören die Luke. Aber wir können nicht hören, ob die das von sich aus macht oder ob das der Typ selber ist, der das da macht. Ja, ich würde an seiner Stelle auch laut jaulen, weil, warum ist er da in so einem Käfig? Ich meine, es ist so ein kleiner Hund, aber, hä? Warum macht man sowas? Ups. Na, er holt den Hund zumindest raus, ne? Da ist aber nett, dass er den Hund da mal da rausholt. Ja, da geht irgendwas vor, ne? Ich meine, er bietet ja dem Geist auch genug Angriffsfläche. Also hier. Also, Leute. Der Geist ist sauer. Räum mal auf! Denkt der Geist sich zumindest. Mach sauber hier jetzt! Der hat ja auch ein NES da stehen, halt. Guck mal, er ist aber eine richtig coole Junggesellenbude, wa? Wollen wir mal sagen, du? Oh, und Gabecube auch. Entschuldigung, ich bin jetzt grad ein bisschen woanders. Aber, ja, da spukt's. Maybe this is a sign that something unseen is in the room with them. Ja. So, is this a real ghost caught on camera? Ich glaube, wenn er Vorhänge hat, da ist, vielleicht ist das der Gilb, ja? Kennt ihr noch den Gilb, ja? Ich bin der Gilb! Ich mache weiße Gardinen schmutzig! Oder war das? Ich mache weiße Gardinen grau und gelb! Oder irgendwie so. Ich bin der Gilb! Was ist das? Der Gilb, ja? Weißt du, jeder hatte seinen Pumukul, er hat den Gilb. Der Gilb ist sauer, ja? Kauf mal hier das Gardinen-Zeug. Ja, da spukt's ein bisschen, ne? So what? Uninvited. The next video comes from a man named Marcio Palma. Hört er das? Der Nachbar. Marcio lives alone with his two cats. And has been living peacefully for a while. That is, until just recently. He has been hearing strange noises around the house. And one day while playing with his cats, he hears cups dropping in the kitchen. But when he goes to check, he finds nobody there. Later on, when he decides to watch something on Netflix, something alert him and gives him the chills. Watch closely. The board. I also have unusual sounds. Oh, hello. Oh, der Schlüssel wackelt doch. Aber er hat überall Licht an, wenigstens, ne? Oh, die Lampe. Oh. The door to his room that he says is always left wide open. Somehow slammed shut with full force. Ja, hat der Geist auch keinen. Also der andere Geist davor, der wollte halt, dass der Typ mal aufräumt. Und der Geist find's halt kacke, dass die Tür mal aufsteht. Geht auch nicht. Muss ja alles seine Ordnung haben, oder? Ja. And after returning back to the living room, the light can be seen shaking by itself. Marcio then attempts to sit back down and start the film. But the creepy activity intensifies. Oh, gotcha, gotcha. Oh, oh, oh. Open the door. Mach doch mal das Licht an. Danke. So eine hübsche kleine Wohnung, ne? Wenn's nicht mal gegen die Türen hauen würde, oder? Wenn's nicht mal gegen die Türen hauen würde, oder? Ha, 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 ha man nicht faken kann er stellt sich aber jetzt nicht dumm an er macht wenigstens überall das licht an dass man alles sieht und so weiter deswegen würde ich sagen die chance dass es da wirklich spuckt 50 50 in spüren die kontinuierste record anyway ja der also auch geister brauchen ihre privatsphäre der will jetzt mal in ruhe ein bisschen gitarre spielen und dann irgendwie weiß ich nicht macht die tür zu klopft dann geht doch mal in den raum rhein immer rein und schweck ja das ist das dauert mir alles viel zu lange der macht das viel zu behäbig das haben egal was alles hat 100 jahre zeit zu verschwinden er guckt der rd er noch nicht erst mal in den anderen raum reingucken objekte kann wie sie nun der röhn weil sie als wehlers doors closing and knocking sounds coming from the house marcio now beliebt sie wusste bei der idee zu müssen und sein denn der hübschen und bierlund das bad things kann happen Mir kam es jetzt ein bisschen seltsam vor, dass er erst zur Türklingel gegangen ist, also erst zur Haustür, als es geklingelt hat, zur Wohnungstür. Warum hat er nicht, das hätte ich in diesem Moment erstmal vorkommen, ignoriert und wäre erstmal in den anderen Raum rein. Weil es ist ja erstmal wichtiger zu gucken, ob nicht jemand in meiner Wohnung ist und in dem Raum sich versteckt, als wer vor der Haustür steht. Das kann auch der Amazon-Bote sein. Weiß ich nicht. If you have any video recommendations, you can send them over at depthsofdespair01 at gmail.com Talking to the devil This next video was uploaded just recently by Luis Alvarez, but was mysteriously removed shortly after, because the guy in the video was too tormented by the event and convinced it was the devil come to take it. Ist das vielleicht... Bevor wir das jetzt ansehen, spekuliere ich einfach mal, dass der Mann gleich mit jemandem redet, der gar nicht da ist, zumindest nicht auf dem Videomaterial. His soul, but who knows. In the video the man can be seen working as a security guard doing the night shift inside a private company building over in Colombia. And while doing his rounds patrolling the building at night, it seems as though he begins to converse with someone. And things soon take a turn for the creepy. Das hatten wir jetzt schon so oft. Das hatten wir schon so oft. Und ich wette, ich wette einfach damit, dass keines der Clips, die wir da gesehen haben in der Art, weder das mit dem Kfz-Mechaniker, der sich da mit dem verstorbenen Kunden unterhalten hat, dann hatten wir ja noch was mit so einem... Ich glaube, das war zu Halloween, ja, auch mit so einem Security-Typen, wo dann die Schiebetür, die elektrische, sich geöffnet hat und der hat dann noch so ein Band weggenommen. Und jetzt haben wir ihn hier, der quatscht auch wieder mit irgendjemandem, der auf dem Videomaterial nicht zu sehen ist. Und ich wette zu 100 Prozent, dass alle, dass alle diese Clips authentisch sind. Ich glaube nicht, dass auch nur einer davon gefakt ist. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wir hatten auch noch eins mit so einer Fabrik, wo so ein Typ so ein anderer da auf so einem Stuhl da und so. Und da war eigentlich auch gar kein anderer. Ich glaube, dass das öfter passiert, als wir glauben. Ich glaube, davon landen von allen Videoaufnahmen, wo man so etwas sehen könnte, landen nur ein Bruchteil im Netz. Weil man sich ja auch die Aufnahmen nicht alle anguckt, durchguckt, wenn nichts passiert. Das ist immer nur eine Zufallsentdeckung, würde ich mal behaupten. Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich. Ich glaube, dass manche Wesen oder auch Geister vom Verstorbenen tatsächlich auch die Orte besuchen, an denen sie erst einmal viel Zeit verbracht haben oder auch irgendwelche Dinge erlebt haben. Sei es jetzt glückliche Zeiten, sei es jetzt was Negatives, das spielt keine Rolle. Und ich glaube einfach, dass das solche Wesen sind. Und dass die Menschen, die jetzt wie er zum Beispiel mit diesen Wesen interagieren, die nehmen das überhaupt nicht so wahr. Und dann sind die Wesen auch weg. Die wissen gar nicht, dass das etwas Paranormales war, mit dem sie da gerade in Verbindung getreten sind. Ich glaube, das passiert viel, viel öfter, als wir alle glauben. Und das passiert auch da. Er macht sogar diesem Wesen die Tür auf. Das ist irre. Er redet ja auch, glaube ich, sogar noch. Ja klar, er redet noch mit irgendjemandem. Er steht mit jemandem am Fahrstuhl und quatscht. Das ist verrückt. Das ist einfach nur verrückt. Ich finde das noch nicht mal gruselig. Ich finde es null gruselig. Ich finde es interessant. Ich finde es mysteriös. Gruselig auf keinen Fall. Weil es passiert ja nichts Böses. Und es ist dann halt so. Ich finde es, wie gesagt, nur mysteriös und interessant. Weil mich würde interessieren, wie oft kommt sowas vor? Wie fühlt sich so etwas an? Was hat dieser Mann in diesem Moment gedacht? Hat er sich das irgendwie denken können? Hat er da einfach eine normale Person wahrgenommen? Ist es möglich, solche Halluzinationen zu haben, dass so etwas so real sein kann? Weiß ich nicht. Das ist irre. Er quatscht immer noch damit. Ganz normal. Das gibt es nicht. Working a night shift in a big empty private building and talking to somebody who isn't there is enough to scare anyone. But after the security guard reveals that he was supposedly talking to an old woman who was looking for directions Old woman? And someone to guide her to a specific place in the building. Das ist das Bild. Dieses Bild. Das hatten wir ja auch bei dem einen, was wir da zu Halloween in einem Clip hatten. Mit dem Typen, der da auch am Empfang saß, im Krankenhaus. Der sagte ja auch, das war eine alte Frau. Die erst drei Stunden vorher irgendwie verstorben ist. Die wollte auch zu diesem Zimmer, wo sie verstorben ist. Und die ist jetzt schon wieder eine alte Frau. Es passt vollkommen ins Bild. Es passt einfach ins Bild. As to where and why. Also es verheizt nicht die Frau. ...is a mystery. But we can see that the security guard is there talking for quite some time with this supposed person that we can't see. And after some time, his radio goes off and the fear quickly overwhelms him after hearing something that sends him into the depths of despair. Hey. man muss sich das mal vorstellen man lässt da so eine nette alte dame rein man quatscht mit der ha 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 die brauche ich was weiß ich die will wissen wo man wo sie hin muss und so man geht einem geht das funkgerät und dann ein kollege zusammen mit dem quatsch da ist kein anderer vollkommen normale reaktion ja die wahrscheinlich auch verrückt the guard is soon told that he is the only person on the floor and he is talking to no one after hearing this he is stricken with terror and can only think to instantly run for his life he presses the lift thinking it would open straight away but then just makes a run for it instead far far away from the premises and i don't blame him who wouldn't immediately run after such a horrific realization his other co-workers are convinced that this was definitely paranormal and some people even think it was the devil appearing in the world warum soll das denn der teufel gewesen sein manche leute die kommen auch auf sache ich finde sowieso immer das habe ich ja schon so oft gesagt ich finde es einfach unfassbar auch unverschämt gegenüber diesem wesen immer zu denken dass die böse wählen warum warum verstehe ich the form of a non-vulnerable woman in need of help perhaps attempting to lure this man to a dark area off camera for something very sinister but without any more information this may just remain a mystery Ich habe schon mal gesehen, ihr kennt ihn schon, ja auch, ihr kennt ihn auch. Man sieht er schon mal aus. Es gibt jetzt zwei schwarze und zwei golde. Ich habe sie genannt Goldie, Goldie Nummer 2. Ein schwarzer und wenn ihr euch irgendwelche Nämungen habt... Das sind zwei Finger. Wer gehört denn diese Finger? Ja, aber es hätte sich links jemand verstecken können oder halt auf dem Boden auch hinhocken. Weil er hat nur nach vorne und auf seine Höhe gefilmt. Ja, zeig mal. Also das mit dem Aquarium, das kannte ich, das kanntet ihr auch. Das hatten wir schon miteinander zusammenstellen und das, was jetzt kommt, nicht. Ich habe ein Video. Ich bin alleine zu Hause. Ich höre, dass es manchmal Banging-Näuse ist. Es ist ein paar Tage. Es ist ziemlich late in der Nacht. Es ist etwa 1 a.m. jetzt. Ich habe ein paar Banging-Näuse. Manchmal klingt es wie Fußgänger, wie in den letzten 10 Minuten. Sorry, my camera, by the way, keeps defocusing. I'm not sure why. But, um... Yeah, I just thought I'd record to... Just try and, like, catch any... Fuckin' hell, man! Just as he gets to the stairs, a sudden bang can be heard. Following up with something charging down the stairs straight at him. So, is this the same entity as before? And is this a real ghost caught on camera? Or just a simple ruse? You, John? Ich glaube, dass der... Worte uns veräppeln. Tch! Another video, coming from the TikTok-User, Tim Saver, shows something similar. Tim is a security guard who works the night shift in some kind of strange private excavation site. He says strange things always happen at the place. And he is the only guard left who is willing to work the night shift. So he begins to document his nightly rounds in the facility. Also, er ist der letzte Nachtwächter, der da überhaupt noch arbeiten will, ja. Capturing strange and unexplainable events with each day. And on one particular night, when he is walking through the place, something truly horrifying happens. najaaajajjn Was hat er denn jetzt? WAr hatt er? Was ist los? Is er denn gefallen? Options hallo寫! what the hell is? Jetzt fliegt er auch noch. Diese Musik ist viel schlimmer als alles andere. Also, wer nach diesem Vorfall dann auch weiter arbeitet und weiter den Place investigated, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen. Also ich, Leute. Ah, bitte, ja. Capture uns was Schönes. Oh, was kommt denn da gleich raus? Also das Ding ist in der Lage, ihn hochzuliften. Die Wand hoch. Zwei Meter hoch. Ist aber nicht dazu in der Lage, diese Klappe zu öffnen. Okay. Muss man so hinnehmen jetzt. Er macht das Undenkbare. Aber er guckt hinein. Ja, schön. Jetzt hat er mich schon hier. Jetzt bin ich schon wieder so weit weg zu gucken. Bitte. Ich mach mir hier eine Buchs. Aber ich kann nicht. Will nicht und ich kann nicht. Ah, Hand. Puh, Hand ist weg. Natürlich die obligatorische Büste eines Pharaonen. Ach, das ist doch alles. Das ist doch alles gefaked. Kommt da jetzt noch was? Oder? Muss ich mir jetzt noch in die Hose machen oder nicht? Na, schon wieder die Hand. Da ist eine Hand auf dem, auf der Büste. Just like the guy with the fish tank, a creepy hand can be seen, holding on to some kind of strange statue. Ja, ja. And it seems... Der kann aber auch dahinter sein. Also, meine Freunde, lasst uns so nicht verarschen, oder? Ne, werde ich mir nicht angucken, weil das ist fake. Fake. Fake es f... Es f... Aber, aber ich muss dazu sagen, unterhaltsam ist es. Für mich jetzt nicht, aber vielleicht für andere. Shadow Invader. The next video comes from the Reddit user Did353. And he explains that recently there was a black bear rummaging through the trash. And he heard and saw movement outside his window, on one rainy night, while he was home alone. And so he attempted to capture it on camera, but instead caught something a little more chilling. Hm, war es doch kein Schwarzbär? Watch closely. Ah, machen wir. So, I heard a noise. There was a black bear running around. He's been... Was man so macht, man hört ein Geräusch und man denkt sich, es ist ein Schwarzbär und geht einfach mal so raus. Weil Bären sind ja auch gar nicht so gefährlich. We've been attacking our trash cans lately and I want to get a video of them, because, like, my parents... Mach ich mal ein Video davon. I'm still away right now, but they want to see this black bear and, like... Ah, he's hanging out in the woods around here. And I'm sure of it. Oh, I guess he's packing. He's been attacking our trash cans lately. Wait a minute. Who's in my room? Hey, 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 hey. Ah, da war was. Da war ein. Shut it. Whoa, 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 whoa. Who's in here? Okay, all right, all right, all right, yeah. No, 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 I'm getting out of here. After surveying the outside area, he sees no sign of movement. However, when he pans the camera back to his house, a black figure can be seen inside his room through the window. So, just standing there, he rushes straight back inside, only to find nothing there. So just what did he capture? Is this a real shadow figure? Vielleicht, aber vielleicht war auch nur einfach noch jemand anders in seiner Bude. Sowieso ein bisschen seltsam. Er wohnt da, er kennt ja die Gegend, er weiß Bescheid und denkt, da wäre ein Schwarzbär und geht dann einfach raus, um ihn zu sich anzusehen. Obwohl jeder weiß, wie gefährlich Bären sind. Ohne, dass ich jetzt selber in einem Gebiet wohne, wo es Bären gibt. Ich weiß es, ich würde es nicht tun. Schwierig, entweder ist es verarscht oder es war halt irgendwas anderes in dem Raum, aber... Ja, that's all for today. Ja, da waren ja wieder einige Sachen, ne. Also manche Sachen waren sehr kontrovers, andere Sachen fand ich eigentlich ganz gut. Vor allem das mit dem Wachmann, der dann auch die ältere Dame da reingelassen hat, die man gar nicht gesehen hat. Und am Ende habe ich ja auch nochmal meinen eigenen Debs of Despair zu Hause gehabt. Meine Tür hat sich gerade von alleine geöffnet, aber das ist dem Sturm draußen geschuldet. Und ja, trotzdem habe ich da mal noch einen zweiten Blick hingeworfen. Man weiß ja nie, wer da durch die Türe kommt. Ja, also unten in der Beschreibung findet ihr den Link zu dem Video von Debs of Despair. Lasst einen Daumen nach oben da. Der Kanal ist auch wie immer verlinkt. Und ich freue mich auch über ein Abo von euch Freundinnen und Freunden, einen Daumen hoch für dieses Video, einen netten Kommentar und aktiviert die Glocke, damit ihr immer wisst, wenn es was Neues gibt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ich empfehle mich. Adios.